Ich vermute mal hier auch nicht. Bin ich aber auch am Ende meines Lateins. Außer man kann sich da noch irgendwie hinbewegen. Danach sieht es mir aber im Moment nicht so aus. Nein. Hm. Tja, gute Frage. Was macht man jetzt in so einem Fall? Gehen wir eine Runde schwimmen. Hier schön schwimmen. Hey, schwimmen. Gehen wir einen.